Ein am Freitag im ukrainischen Telegram-Kanal veröffentlichtes Video soll ukrainische Soldaten zeigen, die eine Gas-Messanlage in der russischen Stadt Sucha in der Region Kursk kontrollieren. In dem Video erklärten die Soldaten, dass sie auch die Stadt Sucha kontrollieren. Die ukrainischen Streitkräfte hatten am Dienstag die russische Grenze durchbrochen und waren in Teile der russischen Region Kursk vorgedrungen. Offenbar war es Russland bislang nicht möglich, die ukrainischen Soldaten über die Grenze zurückzudrängen. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Samstag mit, dass es Panzer in das Grenzgebiet von Kursk zur Ukraine entsandt habe. Angesichts des ukrainischen Vorstoßes auf russisches Gebiet hat Moskau Antiterroreinsätze in drei Grenzregionen angekündigt. In den Regionen Kursk, Belgorod und Briansk würden Antiterroreinsätze gestartet, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, teilte das russische Antiterro-Komitee mit. Die ukrainischen Behörden in der nordöstlichen Region Sumi haben die zwangsweise Evakuierung von 28 Siedlungen innerhalb einer zehn Kilometer langen Grenzzone angeordnet. Zuvor soll Russland den Einsatz von gelenkten Luftangriffen in dem Gebiet intensiviert haben. Ukrainische Freiwillige halfen bei der Evakuierung von Dorfbewohnern und ihren Haustieren. Nach Angaben der ukrainischen Polizei müssen 20.000 Menschen ihre Heimat verlassen. Angesichts des ukrainischen Vorstoßes auf das russische Gebiet Kursk warnt die internationale Atomenergiebehörde IAEA vor möglichen Gefahren für das dortige Kernkraftwerk. Der IAEA-Generaldirektor Raphael Grossi rief beide Seiten auf, sich an die Regeln für die nukleare Sicherheit in Konfliktgebieten zu halten. Das staatliche russische Kernenergieunternehmen Rosatom teilte am Samstag mit, das Kernkraftwerk sei im Normalbetrieb.